...wollt diese Dinge zu sehen sein und da raussehen. Genau diese beiden Punkte waren bisher das Hauptproblem. Weil, das wussten wir, die beiden sind alles schon. Es ist ja immer noch eine Hypothese, dass nur dieses Protein involviert ist bei der Erkrankung. Ich nehme an, dass die Kenntnis der dreidimensionalen Struktur... ...und wir annehmen, dass diese Stürfe in der Erkrankung im Wesentlichen stehen.